Musik Mein Name ist Henrik Elias, ich bin Diensthabender B-Dienst der Feuerwehr Dormagen. Wir sind zu einem Einsatz auf die BRB 57 gerufen worden. Auf dem Seitenstreifen zwischen dem Rastplatz Nievenheim und dem nächstgelegenen Autobahnkreuz in Neuss fand sich auf dem Seitenstreifen ein kleiner Haufen eines weißlichen Granulats unbekannter Herkunft, unbekannter Art. Wir haben einen Trupp unter leichter Chemikalienschutzkleidung eingesetzt, das Granulat zu bergen und sicherzustellen. Danach kann die Autobahn in Kürze wieder freigegeben werden. Erste Tests sind so verlaufen, dass zu vermuten ist, dass keine große Gefahr von den Kürze ausgeht. Bevor wir das sicher wissen, halten wir aber alle Maßnahmen zur Sicherheit auf. Das ist nicht so verlaufen, aber auch nicht so. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR